Wir sind jetzt hier an der Meister TX, unser neues Modell in der Einzelquanzertechnik. Die Maschine hat sechs oder sieben Reihen. Reihenweiten von 45 bis 80 cm sind möglich. Dank dem hydraulischen Verschieberahmen kann ich alles in fünf Zentimeter Schritten einstellen und abbilden. Der Airspeed-Dosierer, der auf der Maschine verbaut ist, steht für eine schlagkräftige und präzise Aussaat. Wir haben einen 1300 Liter großen Düngertank mit dabei mit seriemäßiger Halbseitenschaltung für exakte Unterfußdüngung und eine gute Nährstoffversorgung der Pflanzen. Besonders ist noch an dem Modell, dass die Reihe 300 Kilo Schardruck aufbringen kann, sprich sie ist direkt zeigtauglich und kommt auch unter schweren Bedingungen wunderbar zurecht. Die Maschine steht in Halle 12 bei unserem Horststand. Kommt vorbei und schaut sie sich an.